Hey okay, so, sind Sie bereit? Das wäre ziemlich leicht, ja ich habe es einfach, weil Sie alle sehen, dass Sie alle sehen. Das ist komisch, die Tattoos von anderen sind bei mir voll verpixelt. Ja, bei mir auch. Okay, meine eigenen aber irgendwie nicht. Tracker, der macht wieder den üblichen Kürzchen. Er macht hier mal. Okay. Irgendwann mache ich mal noch Crowd Control. Dann kriegt man auch ein Achievement dafür irgendwann. Das fehlt mir noch. Machen Sie bereit. Sehr witzig, Lenard. Mach doch jetzt. Mann. Ich habe gerade auf das falsche Icon geklickt. Ja, weil... Das versuchen kann man jetzt. Vielleicht merkt er ja nichts, ne? Klick, klick. Oh, was tue ich denn jetzt? Sieht ziemlich aus. Okay, Entschuldigung. Eine abartige Buchse macht das Ding weg, Mann. Pack den Luris wieder ein. Sieht echt seltsam aus. Möglicherweise machen wir dir die Haus-Kuruma-Taktik, ne? Haus... ah ja, ja. Haus-Kuruma, okay. Das ist das erste Mal, dass ich das aufnehme. Darf ich das überhaupt hochladen, dann? Das ist ja kein Bug, dass du kannst während des heißt einfach in ein Haus reingeben. Ja, ich meine, ist das nicht ein Trick, den nur wir wissen sollten? Also, als würden deine... Als würden deine 250 Abonnenten deine Videos gucken und das würden sie verbreiten, Mann. Das wäre eigentlich auch recht. Passiere mal ein. Was? Warum? Warum passiert sowas immer? Ja. Ja. Es steigt auch noch rein, es wär nix. Alles normal, das sollte so. Oh Mann. meine fremden unter sich jawohl ja ja, sehr schön Autsch Na, wo kommst du jetzt endlich mal? Entschuldigung Oh, das ist ja gefährlich hier, versteck mich mal hinter der Beine Ja, siehst du, ich weiß warum Du machst das Kunstwerk kaputt Das war, wow Auf immer kam da so eine Karre an die Stirn Ja, aber so richtig, so eine Kanone Ich weiß schon, warum ich hinterm Baum gegangen bin Jetzt wieder Konzentration Okay Oder du wirst ja linksding durchspaulen mit dem Cash Dann gib mir an die Maske Ja, aus dem Kuchen Sache, die kriegt das immer fast in die Fresse geworden Du krieg die Scheiß einfach zugeschmissen Das ist frech, ne? Kein Respekt hier Oh, Respekt Jetzt bist du tot Jetzt ja Mal gucken Nicht auf die Geisel Ja, da hat irgendjemand schon eine Geisel erschossen Sehr toll Ja Diese kann nicht, jetzt kann ich Er hat die erschossen Ich kann meine Maske nicht wechseln Die Scheiße erschossen Hat der Typ, der den hier erschossen hat Hat diese Geisel hier drüben erschossen Äh, wir haben in eine ganz andere Richtung geschossen Da ist eine Geisel tot Ihr könnt hier hinter Hier hinterher könnt ihr Einer sollte auch hinter Weißen, wo kommt denn der Swat Der Swat eigentlich dann draußen mit, oder was? Der Swat, what? Ja, da kommt doch dann Swat oder nicht? Äh, du kannst Müsste das dann jetzt schon da sein? Ach, oh shit Ich hab grad erst mal die Burpap, äh, äh, Quatsch den Raketenwerfer rausgeholt auszusehen Ja, das ist mir auch passiert Ich hab da drinnen die Granate geraten Ich hoffe, ich hab jetzt niemand gehört Irgendwie sind die zwei Typen über der Leiter Wer denn alles auf den geschossen, nur ich? Der hat dann grad einen ganz anderen Winkel eigentlich gehabt Nein, ich hab's denn irgendwie erwischt Durchschlagen oder so Na, du kannst runterkommen Ich bin doch schon lange vor der Tür Ich geh schon mal hoch Okay Tschüss Ich bin wieder ganz alleine, Jungs Mann, wer passt denn hier nicht auf, verdammte Scheiße Er hat auch gerade schon einen am Arsch gehabt Von voller Tür Ich fiel doch Ah, ich hab's mir gedacht Vierer Schifft Das ist ein bisschen Hatsch Du kannst es nicht mehr Auf der Du kannst du Halt die Backen, ich bin echt auf die Nerven langsam. Oh, ist das übertrieben? Ne, wahr? Hauen wir mal, ob das immer oben bleibt, wenn du so schießt. Gott, was für ein Gekreische und Geballere hinten. Ist das die Minigun? Nein! Dekoriere bloß alles dran. Guck mal die Lampe. Gut, dass wir genug Geld einsammeln, dass du deine Munition wieder auffüllen kannst, ne? Sollte grad so reichen. Jetzt haben wir's gleich, oder? Ja, wir haben's. Ich bin auf dem Rückweg. Okay, let's go. Benhart, Granatwerfer, du ich. Der kommt noch hinten irgendwie die Treppe hoch. Ich komm die Treppen hoch. Ich bin Granatwerfer, ich erschieße ihn. Scheißegal, der verschwindet, wenn wir hier sind. Wui, wui, wui. Drei. Aber ich guck mal, einem vorderen Fahrzeug, einem vorderen Fahrzeug, die ersten, die ausgestiegen sind, die sind überhaupt nicht hingestellt. Oh. 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 Damit hätte ich niemals gerechnet. Guck, die bloß überraschend. 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 Jetzt wird's vielleicht mal. Sag dem, wenn wir gehen können. Ich weiß, ich bin fast tot, oh mein Gott. Nicht gut. Lass mich rein, lass mich rein. Wir stehen nicht vor der Tür, also geh rein, wenn du willst. Achso, du bist schon drin. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Was geht nicht? Ihr müsst raus, sonst dauert das zu lang. Wenn ihr zu lang in der Bank seid, äh, fails. Da sind noch... Oder auch nicht. Scheiße, ich hab nen Hit abgekriegt. Komm, erstmal die Punkte einsam hier drin. Jo, haben wir. Glauben wir gar nicht so nah ran. Aber an den musst du nah ran. Ja. Ja, ich zieh mir grad nen Dings an. Double kill. Jo, go, weiter. Okay, ein Hit hatte ich abbekommen. Aber das reicht. Erfolg nutzt ein Auto, Hilfe. Wow. Der Schuss war knapp. Da ist doch das Auto weiter. Das ist nur gewesen. Ja, das war ein Bullen. Ja. Pass auf, Mauro. Der ist halt auch. Der ist schon einfach dauernd. Ja, gut. Ja, gut. Ja, weil ich... Ich dachte schon, ich sollte was machen. Auf die Bikes alle. Ach, ja. Ja. Du kannst doch bei mir drauf sitzen und so hin. Wenn du drauf stehst. Wenn du drauf stehst. Lass mich bitte in die Ecke. Okay. Geht schon. Ja. Ja. Okay, Kaffeepause. Für ungefähr zwei Sekunden. Dann muss Crypex wieder raus. Wo ist Crypex? Die Elite-Herausforderung. Weil, ähm, die Elite-Herausforderung ist ja nur, keiner stirbt. Wir haben keine News am Hals. Haben wir eh nicht, aber wir zwei Sterne haben. Und dann halt noch Zeit. Wir müssen eigentlich nur die Zeit schaffen. Und mit dem Kuruma ist das bestimmt einfacher als mit dem Lettos, oder? Ja. Ich habe ein Plan. Alter, er will man... Der Kuruma ist halt langsam, weil er voll besetzt ist. Äh, Dirk, was machst du da unten? Ich brauche es mir, ey. Ich brauche es mir, ey. Ich brauche es mir. Ich benutze die selber, die Rosette, ja? Bäh. Ja, sehr denbar. Ja, denbarer Glück, ne? Verdammt, ich kann Lennart nicht sehen. Ich kann's wieder zwischen ihm. Nein, überhaupt das sehen. Der Olli. Marc, hallo. Servus. Servus. Wir sind ja mal endlich mal altbekannte, oder nein? Alle da, heute. Olli ist immer schüchtern, wenn neue Leute da sind. Nö. Kommt doch auch mit jemandem schiehen, Alter. Hört auf zu schießen, dann rasten die die Zivis aus dem Dramm und zu schießen. Ich habe mehr Geld verloren, merke ich gerade. Nochmal zwölf Riesen. Naja, ist jetzt nicht viel, aber es sind oft sichtlich zwei Hits, die ich rein bekommen habe. Ich habe kein Leben verloren. Hä? Nein, ich bin doch nicht blöd. Vielleicht einfach nur... Nee, jetzt gerade kam nichts. Komisch. Keine Ahnung, muss ich in der Wiederholung angucken. Vielen Dank.